Mit der finalen Übungsmission soll die Einsatzfähigkeit der Oskar Alt Air Ford unter Beweis gestellt werden. Nach zahlreichen Rückschlägen und Verzögerungen befindet sich der größte US-Flugzeugträger nun auf seiner finalen Trainingsmission. Dabei wird die Besatzung der Oskar Alt Air Ford all die neuen Technologien und Waffensysteme bis an ihre Belastungsgrenzen treiben. Seit ihrer Indienststellung im Jahr 2017 wurde die fortunzähligen Tests unterzogen. Sollte bei der derzeit laufenden Composite Training Unit-Exerzise, Comptwex, alles nach Plan verlaufen, ist der Superflugzeugträger demnächst erstmals voll einsatzfähig. Der Flugzeugträger ist das Typschiff der neuen Geralt Air Ford Klasse, welche die Nachfolgeklasse der Nimitz-Klasse darstellt. Auf der Ford hat die US-Navi einige moderne Technologien verbaut, die noch nie zuvor auf einen Flugzeugträger zum Einsatz kamen. Die Rede ist unter anderem von Flugzeugkatapulten, die von erstmals von elektromagnetischen Vorrichtungen betrieben werden. Bislang vertraute man bei den Katapulten auf dampfbetriebene Systeme. Die elektromagnetischen Flugzeugkatapulten waren es auch, die für zahlreiche Verzögerungen bei der Indienststellung verantwortlich waren. Einerseits konnte die Vorrichtung den Belastungstests zunächst nicht standhalten und ging mehrmals kaputt. Andererseits war die neue Katapulttechnik noch nicht völlig ausgereift, weshalb die Anzahl an Starts und Landungen die geforderten Vorgaben nicht erreichen konnte. In Kombination mit anderen Anfangsschwierigkeiten, etwa bei den neuen Munitionsaufzügen und dem neuen Radar, fiel die US-Geralt er fort bei der Taktzeit der Flugzeugabfertigungen und der damit zusammenhängenden Anzahl von Starts und Landungen sogar hinter die Nimitz-Klasse zurück. All diese Probleme sollten durch zahlreiche Übungen und Überarbeitungen nun ausgeräumt worden sein, sodass der modernste Flugzeugträger der US-Marine nun tatsächlich kampfbereit ist. Die Kosten für den Bau der US-Geralt er fortbelaufen sich auf kolportierte 13,3 Milliarden US-Dollar, was den Flugzeugträger zu einem der teuersten je gebauten Schiffe macht. Gleichzeitig gilt die Ford als das teuerste Kriegsschiff überhaupt. Vielen Dank.